So, wir sind jetzt hier für den zweiten Test nach Rostock gefahren. Piano Haus Möller. Genau, so sieht das nämlich aus. Wir sitzen diesmal an einem Yamaha-Flügel. Das vorherige war in Boston. Und wir wurden auch von Herrn Möller gerade nochmal darüber informiert. Das ist gar kein echter Steinway & Sons, sondern der ist von Kawaii. Da wird aber ein Steinway & Sons draufgeklebt. Super! Okay. Wir spielen jetzt im Prinzip nochmal das Gleiche wie in der Aula von Brinkmann. Und dann hören wir mal einen A-B-Vergleich, wenn wir wieder zurück im Studio sind. Alles klar. Deine Bühne. Und dann hören wir mal einen A-B-Vergleich, wenn wir wieder zurück im Studio sind. Und dann hören wir mal einen A-B-Vergleich, wenn wir wieder zurück im Studio sind.